So, und da sind wir wieder. Ich habe jetzt den ganzen Kram verkauft, also was heißt den ganzen Kram halt so, weiß ich nicht, die Sonderbonbons habe ich noch behalten, weil die doch relativ gut sind, aber ich will die immer noch nicht benutzen. Ich werde die wahrscheinlich irgendwie vor den Top 4 oder so nehmen. Ich weiß es noch nicht genau, was das Witte aber dann auch nichts mehr bringen, aber egal. Ja, und halt, ach, hier, Fluchtseil und sowas habe ich verscherbelt und also den ganzen Kram, den ich nie benutze. So, meine Superheile habe ich auch verkauft, weil ich habe auch Hyperheile, deswegen, ich denke mal, das war so. Also, ich habe auf jeden Fall in meinem Inventar jetzt wieder Platz, den meister Ball schleppe ich übrigens immer noch mit mir rum. Wenn ich zufällig auf ein legendäres Pokémon stoßen sollte, dann benutze ich da den meister Ball, wenn nicht, dann nicht. So, ja. In dem Abschnitt findet man verschiedene Pokémon. Versuche sie mit Safari-Bellen zu fangen. Wenn du keine Safari-Bellen mehr hast oder wenn die Zeit abgelaufen ist, endet das Spiel. Bevor du dich auf die Jagd begibst, solltest du Raum für neue Pokémon schaffen und eine freie Box auswählen. Hab's gemacht. Willkommen in der Safari-Zone. Für nur 500 Poké-Dollar darfst du im Park so viele Pokémon fangen, wie du möchtest. Möchtest du auf die Jagd gehen? Ihr seht übrigens jetzt, wie viel Cash wir haben. Das kostet 500. Wir verwenden hier spezielle Poké-Bellen. Dreieck Safari-Belle. Wir rufen dich über Lautsprecher aus, wenn deine Fangzeit abgelaufen ist oder dein Vorrat an Safari-Bellen erschöpft ist. Okay. Okay. Ah. 495 von... Oh Gott. Gut. Ah, man kann ja auch... Was ist das denn? Was war das denn für ein Menü? Ich hoffe, das läuft jetzt nicht weiter. Nidoran, weiblich, Giftdorn. Größe 400... 400 Meter. 400... 40 Zentimeter. Gewicht 7 Kilogramm. Dieses wilde Pokémon vermeidet den Kampf. Das kleine Horn auf seinem Kopf enthält Gift. Können wir hier angeln? Ja, wir können angeln. Nicht immer... Ah, das sind dann diese unterschiedlichen... So, was ist hier jetzt? Die ist bestimmt irgendwie so Raupen. Stein. Können wir die mit Steinen beschme... Die können die Pokémon mit Steinen beschmeißen. Das finde ich ein bisschen böse. Bleiben die dann alle uns? Oh, was ist das? Ein O-Wei? Ein O-Wei? Dreckfang. Nein! Warum ist hier überhaupt diese Entwicklungsmusik? Ein... Ein... T-T-Tragosso, genau. So heißt das. Ich wusste, dass es mit T anfängt. Ach, dann schmeißen wir mal mit einem Stein da drauf. Ich finde das irgendwie merkwürdig hier. Ich habe mir das so vorgestellt wie bei Gold, dass es dann so einen kleinen Wettbewerb gibt, wer das beste Pokémon hat oder so. Was ist eigentlich mit Köder? Ich habe ein Tragosso gefangen. Tragosso, einsam. 40 cm groß, 6,5 kg. Tragosso trägt den Schädel seiner Mutter als Maske. Sein trauriges Weinen halt darin wieder. Okay. Oh, guck mal, ein Item. Carbon. Kann ich direkt verscherbeln. Das habe ich nämlich auch verballert. Wie viel Zeit haben wir noch? Das geht ja noch. Oh, was ist das? Ein Chandra, genau. Fangen. Fangen. Dürfen wir die dann alle behalten? Du hast das Pokémon verfehlt. Ach. Was? TM37. Darf man das so oft machen, wie man will? Oh, Tragosso will ich nicht. Was ist... Jetzt will ich mal gucken, was Köder ist. Okay. Ah, da ist noch ein Item. Oh, Item suchen. Das Dich habe ich schon. Topdrang. Oh, verscherbeln. Das ist auch cool. Irgendwie hat es doch was. Was ist hier mit dem Baum? Da ist nichts drin. Was ist... Was ist das hier? Rastaus. Was ist denn da drin? Wie viele hast du gefangen? Ich bin total erschöpft. Ich habe ein Charnera gefangen. Die Mühe hat sich gelohnt. Was für ein Spaß. Aber jetzt bin ich undemüde. Undemüde, undemüde. Ach, das ist eine Wand. Ich dachte, das wäre... Ich dachte, das wäre der Weg nach draußen. Ja, so ein Charnera wäre schon cool, ne? Ah, ein Charnera. Und jetzt fang. Wie? Noch ein Köder. Es muss dicker werden. Warum? Warum? Ich finde es, das soll immer. Fress. Ach, Mann. Warum kann ich das nicht fangen? Dich will ich nicht. Dich habe ich schon. Was ist hier? Tipps für Trainer. Die verbleibende Zeit verstreicht nur, wenn du läufst. Ah, okay. Finde das versteckte Haus, dann gewinnst du eine VM. Was für ein verstecktes Haus? Areal 2. So, was haben wir hier? Was ist das denn? Ein Nidoriner. Fangen! Kann man das jetzt so oft machen, wie man will? Oh, Leute. Yes! Ich habe mal Nidoriner gefangen. Mein Bild springt irgendwie hin und her. Egal. Nidoriner, Giftdorn. 0,80... 0,8 Meter... 22 Kilo. Während dieses Pokémon schläft... Ach, fuck. Stacheln auf dem Rücken mit diesem Atemzug. Na, ich habe es nicht lesen können komplett. Wenn ich wieder zu früh war. Ich möchte gerne das Haus finden. TM40. Hast du dann nur, dass man eine VM kriegt und eine TM? Ist das das Haus? Rasthaus. Mein Evoli hat sich zu Flamara entwickelt, aber bei einem Freund hat sich Evoli zu Aquana entwickelt. Tja, geh in die Safari-Zone. Du kannst dort einen Preis gewinnen. Alle Items, die du findest, gehören dir. Aber dir wird die Zeit davonlaufen, wenn du alle auf einmal einsammeln möchtest. Joa, wie viel haben wir denn noch? 102 von 500. Sind es 500 Sekunden? Item... Protein. Aber ich würde mal gerne wissen, wo er dieses Dreckshaus ist. Oh, oh wei. Haben wir es ges... Ne, es ist glaube ich abgehauen, ne? Ach, komm. Ja, aufgefressen und abhauen, ne? So kenne ich euch. Tipps für Trainer. Bis zum geheimen Haus ist es nicht mehr weit. Goldzähne? Können wir das jetzt nochmal machen? Willkommen in der Safari-Zone. Ja, gerne. Ich möchte gerne in das Haus. Deswegen werde ich mich jetzt direkt dorthin begeben und werde nicht über losgehen und keinen 8.000 oder... Ne, 4.000 Mark einziehen. So. Direkt dorthin. Also nur wenn ich gehe. Ne, das habe ich auch schon. Ne, das habe ich auch schon. Ich habe schon. Ein Owei. Das hab ich noch nicht, weil das ist mir jedes Mal abgehauen. So, hier, kriegst du erst noch Stein gegen den Kopf. Wildes Owei ist wütend. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Yes. Oh, weih. Ei. 40 cm, 2,5 kg. Oh, weihs kleine Köpfe kreisen um den großen Kopf wie Planeten um die Sonne. Sie halten so die Balance. Nö. Oben lang? Ne. Das ist gleich wie beim letzten Mal. Wie viel haben wir denn noch? 360. Ah, ich möchte gerne erstmal da oben hin, aber ich muss... Ich muss erst... ...zu dem Geheimhaus. Ah. Ah, ne, hab ich auch schon. ... ... ... Alter! Sichtlore! Brauche ich! Äh, Köder! Nein! Fuck! Oh, Mist! Ich hätte fast einen Sichtlore haben können! Verdammt! Ich weiß nicht mal, wo ich langgegangen bin! Ich weiß nicht mal, wo ich langgegangen bin! Ist klar! Oh, Scheiß! Mist, ey! Gnogger? Ja, Gnogger! Das habe ich auch noch nicht! Mist, ich will dieses Dreckshaus finden! Oh, Mist! Ach so! Ach so! Ach so! Ich habe lange gesucht, aber keine neuen Pokémon gefunden! Ah, das geht hier drin auch! Nack, 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 nack! Ach, Ficken, ey! Ach so! 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 Ach, ja! Wie bin ich denn vorhin gelaufen? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Och Mann, ey. Was ist das? Ein Parasek. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Ich habe dieses... Wer ist das denn? Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Aber wir haben auch, glaube ich, nicht mehr viel Zeit. 16. Da kommen wir noch nicht mal mehr ins andere Dings rein. Ja. Ach Gott. Na gut. Ähm, dann mache ich jetzt hier Schluss. Und ich werde jetzt offscreen bis zu diesem tollen Häuschen laufen. Äh, jo. Dann bis nachher. Tschüss.